Eines ist schon jetzt klar. Auch im neuen Jahr wird Corona den Terminkalender im Literaturhaus mitbestimmen. Die eigentlich für 20. Januar geplante Lesung mit Navid Karmani aus der Europa-Reihe wird erst im Mai kommen. Aber am 29. soll es dann richtig losgehen. Ende Januar kommt Karl-Rudolf Korte, bekannter Politologe und Politikwissenschaftler, der sich dem Thema Gesichter der Macht widmen wird. Kurz vor der Bundespräsidentenwahl ein Blick auf die Gesichter der Macht, auf die verschiedenen Bundespräsidenten und was kann dieses Amt alles bewirken. Wir machen eine Kooperation mit den Museen im Rahmen der Ausstellung. Es geht dann weiter mit der Reihe Debüt am See. Da werden wir einige Nachholtermine noch haben vom letzten Jahr. Ronja Othmann wird da sein, Dominik Bartha, Nadine Schneider. Aber auch neue Gesichter werden wir sehen im Laufe des Frühjahrs. Wir werden auch mit dem Haus der Familie kooperieren. Wir werden den Räuber Hotzenplatz im März machen und solche Dinge. Also es gibt eine ganz breite Palette dessen, was wir geplant haben. Und natürlich werden wir auch unsere Online-Angebote wieder ausbauen. Und das eine oder andere kommt zusätzlich noch. Auch eine neue Reihe Blaue Stunde. Da werden eher regionale Themen hier zu hören und zu sehen sein. Und solche Dinge wird es dann geben. So zumindest die Planung. Das neue Programm gibt es in gedruckter Form und online auf der Seite des Literaturhauses. Das zurückliegende Jahr war ja nach der Eröffnung im Juli 2020 das erste volle Kalenderjahr überhaupt im neuen Literaturhaus. Und auch hier warf Corona den Terminkalender schon ein ums andere Mal über den Haufen. Wir machen das Beste draus. Und trotz Corona, denke ich, ist in dem ersten Jahr eine ganze Menge gelaufen. Und mehr geht eigentlich fast nicht. Von daher bin ich optimistisch, dass wir es auch im zweiten Jahr jetzt gut hinbekommen. Und wir sind jetzt auch deutlich besser aufgestellt, als es noch vor einem Jahr war. Und die Abläufe spielen sich langsam ein, auch wenn wieder jede Veranstaltung neu ist. Aber ich bin da sehr optimistisch. Und ich denke, wir machen das Beste draus, so wie alle mit der Situation umgehen müssen. Selbstverständlich. Und insofern, wir gucken optimistisch nach vorne. Auch wenn das Ende der Corona-bedingten Unsicherheiten noch nicht absehbar ist, eines steht jetzt schon fest. Es war eine wechselhafte Zeit für den Literaturbetrieb mit abgesagten Lesungen und Buchmessen und doch einem bleibenden Interesse an Kunst und Kultur. Wir haben ja gesehen, dass teilweise die Bücherverkäufe sehr gut gingen. Andererseits haben wir natürlich auch gesehen, dass das Publikum gerade im Sommer und im Frühjahr, auch jetzt im Herbst noch wirklich nach öffentlichen und nach Veranstaltungen, nach Live-Veranstaltungen gelächzt hat. Und andererseits merkt man dann natürlich, wenn es jetzt wieder mehr online oder hybrid passiert, dass der eine oder andere dann doch wiederum zurückhaltender wird. Also ich denke, es ist eine gemischte Bilanz, die wir erzielen müssen. Und andererseits haben wir angefangen vom Netzkult und in diesem Jahr dafür Kultur getan, also was die Stadt anbelangt. Von daher optimistisch nach vorne gucken. Klar, die Situation ist für alle nicht einfach, aber das ist so. Und wir müssen durch. Ich denke, die Kultur wird sich hoffentlich gut erholen. Und viele haben es einfach auch gesehen. Das schöne oder unschöne Wort von der Systemrelevanz der Kultur ist natürlich auch deutlich geworden. Was fehlt uns, wenn Kultur und die Begegnung, wenn das soziale Miteinander nicht mehr da ist. Und ich denke, gerade in der gesellschaftlichen Situation, wo sich doch der eine oder andere vielleicht auch ins Internet und von verschiedenen Dingen leiten lässt, kann Kultur ein wichtiger Kitt sein, die Gesellschaft stärker zusammenzuhalten. Im Laufe der nächsten Wochen wird zumindest in einer Hinsicht wieder Normalität einkehren. Nach dem Ende der Sanierungsarbeiten wird der Trappensee wieder mit Wasser befüllt und das Schlösschen mit dem Literaturhaus wieder das gewohnte Bild abgeben.